Kallisti, ich bin die Schönste. Ich bin ein Aspekt der Göttin Kalli, 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 meine Energie ist die Mahamaya, die Maya, wer mich anbietet, wird belohnt, große Belohnungen, ich erfülle alle Wünsche, ja alle 23. Es gibt keine Göttin außer der Göttin, und sie ist eine Göttin. Es gibt keine eresische Bewegung außer der eresischen Bewegung, und sie ist die eresische Bewegung. Und jeder goldene Apfel ist das geliebte Heim eines goldenen Wurmes. Ein Discordier soll immer das offizielle diskordische Dokumentenummerierungssystem benutzen. Ein Discordier ist zu Beginn seiner Illumination dazu verpflichtet, an einem Freitag allein nach draußen zu gehen, um fröhlich einen Hodok zu genießen. Diese Zeremonie ist dazu da, um gegen die beliebten Heidentümer dieser Tage zu demonstrieren. Gegen die katholische Christenheit, freitags kein Fleisch, das Judentum und den Islam, kein Fleisch vom Schwein, den Hinduismus, kein Fleisch. Von der Kuh, den Buddhismus, kein Fleisch von Tieren, und den Discordianismus, keine Hodokbrötchen. Ein Discordier soll keine Hodokbrötchen essen, denn diese waren der Brust der Göttin, als sie mit der ursprünglichen Zurückweisung konfrontiert war. Einem Discordier ist es verboten, zu glauben, was er liest. Das Sakret Kau, heiliges Kau, ist ein Symbol des Discordianismus. Meine Anhänger Das Wort Kau soll für die Singularform von Kaus stehen, die Aussprache sei gleichlautend mit dem englischen Wort Kau, Kuh, ein spielerischer Bezug auf den amerikanisch-englischen Ausruf. Wohlikau, heilige Kuh Das Pentagon repräsentiert das Gesetz der Fünf und steht für Autorität und Ordnung. Der goldener gestellte Zankapfel der meinige, mit dem ich den Trojanischen Krieg auslöste, steht für Kreativität, Chaos und Zweitracht. Zweitracht Wenn du mein Geweihter werden willst, lache niemals, bevor du nicht dreimal mit dem Fuß aufstampfest und zweimal in die Hände klatschest und dir dabei selbst den Namen und Rang eines Papst des Bischofs Lamas Äbtis in deiner Wahl gebeten hast. Dieser würde ich dein Leben lang verfolgen, jede Zweitracht würde ich nach und immer da daran erinnern, so sei es, so sei es. Mahamaya Kiyaiho Für weitere Fragen zum Einweihungsritus, kontaktiert einen Discordiert der singt und lacht oder Lama Baba Paktiha Akubaba den 23 den vom Stamme der pazifistischen Krieger Germaniens. Gehabt euch wohl Bam Bam. Wow, that's great! Ha 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 Untertitelung des ZDF, 2020